1937 nährte sich das deutsche Luftschiff Hindenburg-New Jersey zur Landung. Beim Abstieg schauten die Zuschauer von unten zu. Plötzlich ging die Hindenburg in Flammen auf. Die genaue Ursache bleibt umstritten, es wird jedoch angenommen, dass ein Funke das austretende Wasserstoffgas entzündet hat. Innerhalb von Sekunden war das mächtige Luftschiff eingehüllt und verwandelte mit seinem feurigen Feuer den Tag in die Nacht. Die Katastrophe geschah so schnell, dass viele schockiert und ungläubig waren.